Darfie repariert den Wasserhahn. Darfie will das Wasser abstellen. Das geht nicht. Der Hahn tropft immer noch. Was nun? Den Klempner anrufen? Nein, das schaffe ich selber. Ich will Geld sparen. Darfie holt die Werkzeugkiste. Mit dem Schraubschlüssel löst er die Leitungen. Dann setzt Darfie die Leitungen wieder zusammen. Jetzt tropft der Hahn nicht mehr. Darfie will den Hahn aufdrehen. Da spritzt ihm das Wasser ins Gesicht. Darfie hat etwas falsch gemacht. Nun muss er den Klempner anrufen. Die Leitungen Die Leitungen Dreheactive Trehe Im Drehe Die Leitungen